ich habe ihn entdeckt den kleinsten nationalpark europas und deswegen ist natürlich auch der kleinste nationalpark hier in schweden es ist der nationalpark dalby söderskog und das hier ist eigentlich nur ein paar quadratmeter weit aber man kann immerhin 2,3 kilometer rundweg gehen und die lohnen sich auf jeden fall denn dieser nationalpark ist klein aber fein hier gibt es riesige alte laubbäume und eine grüne oase ein ich laufe hier die ganze zeit durch grüne blättertunnel es ist herrlich man sieht hier sehr schön wie natürlich und wild ein wald sein kann überall ist totholz teilweise riesige dicke alte stämme die vor sich hin vermodern und damit neues leben spenden also wirklich ein besuch wert weil es ist wirklich ein sehr schöner kompakter taschen urwald mal ebenso mitnehmen im vorbeifahren oder auch um länger zeit zu verbringen natürlich kann ja natürlich auch sich ganz langsam durch bewegen und die ganzen details entdecken das ist echt schön ich befinde mich jetzt hier am haupteingang und ich werde jetzt hier die blaue runde gehen und dieser weg ist 2,3 kilometer lang weitere infos gibt es wieder unter dem video in der video beschreibung ist ein link auf meinen blog da gibt es ja zusätzliche infos noch und eine gps karte zur orientierung und ein link auf google maps wenn man hierher kommt und so weiter und so fort ein Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020